Früher war es einfach. Wer seinen Kontostand überprüfen oder eine Überweisung machen wollte, musste zum Automaten oder in seine Filiale. Heute dreht sich die Welt schneller. Man ist ständig unterwegs. Bankgeschäfte müssen also flexibel sein. Deshalb bieten wir Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu kommen. Denn wir sind immer dort, wo Sie sind. Wir begleiten Sie zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Mit unserer Mobile Banking App lassen sich Überweisungen und mehr per Smartphone, in Bus, Bahn oder anderswo erledigen. Falls Sie kein internetfähiges Mobiltelefon besitzen, können Sie nahezu überall unser praktisches Telefonbanking nutzen und oft auch außerhalb der Geschäftszeiten Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind auch bei Ihnen zu Hause. So haben Sie mit unserem Online-Banking Ihre Finanzen immer im Blick. Auf der Website Ihrer Volksbank Raiffeisenbank können Sie sich über aktuelle Aktionen informieren und natürlich auch Bankgeschäfte abwickeln. Neben diesen Möglichkeiten, die auch Direktbanken bieten, gibt es aber auch die nachhaltigste und persönlichste Methode, um Ihre Bankgeschäfte zu erledigen. In unserer Filiale bei Ihrem Berater. Denn nur dort profitieren Sie von allen individuellen Leistungen und unserer persönlichen genossenschaftlichen Beratung. Ob zu Hause, unterwegs oder vor Ort. Bei Ihrer Genossenschaftsbank dreht sich immer alles nur um Sie, ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden. Erfahren Sie mehr mit den vielfältigen Möglichkeiten unseres modernen Bankings oder in einer Filiale in Ihrer Nähe.